Hey, guten Morgen Leute. Ich bin hier in Gau-Algersheim bei Herr Holgersson. Falls euch wundert, warum ich so ein bisschen verschlafen noch aussehe, wir haben hier übernachtet, umgeben von Büchern. Ich bin hier im Kinderzimmer jetzt und ich erzähle die Sache gerade ein bisschen rückwärts. Wie die Buchhandlung sonst so aussieht, ist nämlich was Besonderes, hat ein besonderes Konzept. Vergründet wurde diese Buchhandlung unter anderem von Jasmin Marschall, die mit mir zusammen in Mainz studiert hat. Und ihr seht da hinten diese Unbreitkisten, also diese Bücher, da kam heute noch der Pfarrer an. Und er hat sich zu Tode erschreckt, weil er nicht wusste, dass hier jemand liegen würde. Und dann habe ich ihn kurz auf uns aufmerksam gemacht und er hat den Schreck seines Lebens, glaube ich, heute Nacht gekriegt. Ja, ansonsten zeige ich euch noch ein bisschen die Buchhandlung und erkläre euch ein bisschen das Konzept. Ja, hier hat ein Teil von uns übernachtet. Wir, das sind die jungen Verlagsmenschen Rhein-Main in diesem Fall. Hier ist mal ein Schwenk über die Buchhandlung. Ihr seht, das Ganze ist aufgebaut wie ein Wohnzimmer. Das bedeutet, es gibt hier so einen Wohnzimmerbereich und es gibt so einen Küchenbereich. Da sind dann auch die Ratgeber dabei. Und es gibt ein eigenes Kinderzimmer. Das fällt sehr groß aus. Das war ursprünglich auch gar kein Teil der Buchhandlung. Und hier gibt es eine ganz, ganz tolle Auswahl. Es ist sehr liebevoll, alles gestaltet, sehr hochwertig. Auch von den Vermietern renoviert worden bei Neubezug. Die haben sich eine Buchhandlung gewünscht. Ja, so ein Abend, so ein Stöberabend in der Buchhandlung ist ziemlich lang. Deswegen konnten wir uns stärken. Ja, sehr wie in der richtigen Wohnung. Und sogar auf dem Klo gibt es Bücher. Vielleicht an dieser Stelle mal ein bisschen noch was zur Inhaberin. Jasmin Marschall ist seit ein paar Jahren Veganerin. Macht gerade auch eine Ausbildung zur Yoga-Lehrerin. Da hat sie jetzt in kürze Prüfungen. Das schlägt sich auch in ihrem Sortiment nieder. Also es gibt keine Kochbücher mehr mit Fleisch. Es gibt sehr viele Ratgeber. Bei der Orientierung in der Buchhandlung helfen. Solche Tafeln, wie ihr sie gerade gesehen habt. Es gibt ein paar Lieblingsverlage, die man sehen kann. Diogenes war dabei. Wir haben uns dann so, wie gesagt, den ganzen Abend durchstöbern können. Und es hatte sehr, sehr viele Bücher dann in der Hand. Hier ist der neue Roman von Mareike Fallwickel. Besonders gut hat mir auch diese illustrierte Harry Potter Ausgabe gefallen. Ich hatte die vorher noch nie in die Finger bekommen. Und die sind wirklich fantastisch. In der Buchhandlung gab es jetzt nur den vierten Band. Hätte es auch den ersten gegeben, dann wäre ich sicherlich wach geworden. Ja, das sind einige der Bücher, die ich dann nochmal so durchgestöbert habe. Und mich da so ein bisschen durchgefräst habe. Also wurde dann auch entsprechend spät. Und die Rechnung, die kam dann natürlich pünktlich am nächsten Morgen. Ein paar von uns hatten schon abends bezahlt. Der Rest, darunter ich, haben das dann am nächsten Morgen gemacht. Samstag in aller Früh wurden wir rausgekehrt. Und da hatten wir natürlich noch die ganze Nacht Zeit weitere Bücher zu finden. Und entsprechend habe ich auch ein bisschen was mitgebracht. Und was das war, das zeige ich euch jetzt. So, da habe ich einmal mitgenommen von Amelino Thom, Böses Mädchen. Ich hatte noch ein anderes Buch in der Hand. Mitgenommen habe ich es vor allem, weil Ilke von Buchgeschichten immer davon schwärmt. Dann der Stötterer. Da bin ich schon länger drum herum geschlichen. Habe ich vom Flohmarkt mitgenommen. Und dann habe ich noch einen dritten Diogenes-Titel. Jörg Fauser, das Schlangenmaul. Ist Teil der Werkausgabe, die es im Diogenes-Verlag gibt. Und ich wollte nur kurz reinlesen. Habe schon gestern 100 Seiten da drin weggehauen. Weil das einfach nicht auffallen konnte. Ferdinand von Schirach ist ein Autor, der mir sowieso sehr gut gefällt. Ein großer Stilist. Und auch dieses Buch von ihm kam ich einfach nicht drum herum. Und habe reingelesen und musste es dann auch mitnehmen. Winterbienen von Norbert Schoja ist mir im Rahmen vom Deutschen Buchpreis aufgefallen. Das hier, das Büro der Einsamen Toten könnte. Ein Weihnachtsgeschenk für meine Weihnachtsgeschenk. Oder ein Geburtstagsgeschenk für meine Mutter werden. Die diesen Kanal Gott sei Dank nicht guckt. Deswegen kann ich das hier spoilern. Ungewöhnlicher Detektiv. Beziehungsweise gar kein richtiger Detektiv. Muss einen Mord aufklären. Erster Teil. Könnte interessant sein. Für meinen Neffen habe ich das hier. Und eventuell eher zum Vorlesen gedacht. Dieses andere Kinderbuch hier. Und was mir da aufgefallen hat und weshalb ich es mitgenommen habe ist, dass die Sprache überhaupt nicht so kitschig und so Conny mäßig ist. Sondern da geht es richtig zur Sache. Drei Helden für Mathilda. Das waren die Bücher, die ich mitgenommen habe. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dieses Video und auch die Buchhandlung Herr Holgersson in Gau-Algesheim. Ich freue mich über eure Kommentare zur Buchhandlung, zu den Büchern. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.